so zusammen begegnen wir uns jetzt mal zum ersten da drüben gibt es noch mal schauen jetzt bevor ich jetzt überhaupt irgendwas anfangen wie zum guck mal hier mini wie baue ich denn jetzt den zaun auf wenn ich brauche so ich möchte gerne mal wissen wie man das zeug aufbaut aber das wäre ich nicht mehr dazu kommen ich schätze mal ja weil ich eher verhungern und verdursten bisschen übertrieben die ganze sache so ich werde jetzt mal eine großartige auf dem zeug rumkloppen weil ich denke mal das kann ich mir auch später noch holen wenn meine ausdauer hier komplett runter ist dann habe ich wahrscheinlich ein problem so wie gesagt zaunbau mausrad geht gar nix das muss ich doch mal nachschauen steuerung und rechtliche hinweise optionen tastaturzuweisung aktive fähigkeiten benutzen und haltung ändern zwischen blablabla wollen sich ja einen richtigen gegenstand verwenden aha also ist es dann auch e und q so das hätten wir also space platzieren ja wo muss ich hin bleiben kann man das kaputt machen ja wo ist er braucht werden wir an geschildert was kann man denn essen Da geht's los. So, das rum und schneiden. Okay, das ist auf jeden Fall nix zu essen. Scheiße. Ja, ja, ja. Oof. Ja, ja, ja. Uf. Das ist gut. Ah, das ist alles. Na, das ist alles. Okay, aber da komm ich ohnehin nicht so richtig rein. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Ich hoffe aber das Zeug kann man essen. Hä? So, schauen wir mal schnell wo ich was essen kann. Ja, das gibt's doch ne... Flasche leer. Munition. Materialien. Okay. Also es war auf jeden Fall schon mal nix zu essen. Ich denke mal. Das ist ja irgendwo anders. Vielleicht hier hinten lag. Vielleicht hier hinten lag. Ich muss das Wasser jetzt einfach mal mitnehmen. Es ist irgendwie jetzt hier. mal die Sachen auffüllen geht mal. Mhhh. Mh, nochmal Inventar. Dann muss man wieder eins rüber. Du kannst die bille rein結果ieren. Oh, das ist das. Oh, das ist der did. Oh, das ist das. Und du kannst dich durch schmerz. Du kannst dich durch die buss Prince. Du kannst du Kohlen-Kuban Energien aus der Fenster von von den Gым-Grohen. Du kannst die Ebbe von Haines und tot. Du kannst die Abisensivation aus. Du kannst. Du kannst. Du kannst dich hier in der Könse fiel vor. Ich brauche zu essen, Kollege. Oh, eigentlich. Na, immerhin. Ich würde jetzt gerade mal uns scharf schlafen gehen. Noch mehr Wärme. Ah, schmutziges Wasser. Jetzt kann man hier wieder... Warum ich das denn abkommen könnte? Ich würde jetzt mal wiederholen. Das ist ja wie bei Zelda. Oh, da liegt er. Der war im Arsch. Wenn sich gegen eine Horde von Wanderern befindet, nutze die Umgebung, die du hast, wie die Umgebung, um von einer schwarzen Position zu attacken und die Oberhandel zu behalten. Es ist möglich, Wormholes zu verabschieden, um die Umgebung zu verabschieden. Na ja. Schauen wir das mal, Viola setzt Kuh. Guck, gedrückt halten, loben. So. Jetzt Space platzieren. So, und jetzt. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? was er so alles schleppen kann. Jetzt kann ich schon die wiederholen. Okay, noch irgendwas. Wo habe ich gerade was gehört? Naja, scheint ja alles... ...ruhig zu sein hier. Also es könnte ein bisschen schneller gehen, wenn wir den auseinander nehmen von den Viechern. Äh, ja. Jetzt bin ich schon. So, das hätten wir auch. Was ist das? Oh, okay. Hm, okay, dann haben wir unsere ersten Daten. Oh, was wurde hier? Na. Na, kommen wir mit. so essen trinken schon mit der scheiße ach guck an da unten ist jetzt haben wir gewicht jetzt bin ich überladen wo ist mein zaun hin so ich denke wir werden jetzt mal schnell ins lager zurückgehen bevor ich hier verhunger ich denke mal die bärben sind es noch nie wieder gespornet nö, sieht schlecht aus klar, da muss man auch nochmal schauen was es da gibt aber ich muss erst mal mein zeug sichern was ist jetzt springt los ne also rennen funktioniert jetzt auch ne wenn du zurück in basecamp der map screen ist update wir analysieren travel log und senden die results malz zu your eye droid it'll be quicker for you to see for yourself than for us to explain it so take a look at the map screen time to analyze the data please synchronize your eye droid with me here okay 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 Die Daten auf dem Memory Board erhalten werden wir mit uns verwendet, wenn wir die Daten mit uns verabschieden. Analyse ist fertig. Die Daten haben die Daten auf D.T.A. auf Wanderers und Kuban-Energie, sowie die Operational-Rekord. Ihr könnt die Daten auf deinem Computer examinieren. Das ist Teil 1 der Kaptein im Hintergrund. Nein, die Daten auf D.T.A. auf Wanderers und Kuban-Energie ist nur ein Teil der gesamten Rekord. Um alle Daten auf D.T.A., werden weitere Expeditionen brauchen. Aber auf diese Expeditionen, bitte immer noch mehr bemerkt. Diese Welt kann auf D.T.A. auf Wanderers, sogar größer als die, die wir wissen. Die Daten auf D.T.A. auf Wanderers, die wir wissen. Und für eine Maschine, du bist ziemlich schuldig. Hast du etwas von diesen Daten aus D.T.A. auf Wanderers gelernt? Nach dem D.T.A. auf Wanderers und Kuban-Energie Die Daten, die wir bekommen, haben keine Licht auf D.T.A. auf Wanderers und Kuban-Energie Mit mehr Daten, wird unsere Erinnerung vollständig gestorben. Gehen Sie Ihre Suche. Wir müssen wissen, was mit dem Kurs passiert. D.T.A. auf Wanderers und Kuban-Energie Was Rezept für Sand-Sack-Halt erlernt. D.T.A. auf Wanderers und Kuban-Energie There is something I have to tell you. Ja, und wo sind die mich jetzt näher? Ich muss jetzt irgendwas kauen. Oh, bitte. Beidegen. 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 Beidegen.